Hallo Stadtgärtner, dieses Hopfen ist eine der schlimmsten Unkrautpflanzen, die man je haben kann. Wenn ihr dies mit Stiele anfasst, ihr werdet bergen, sie ist ein Raub, bleibt nicht hängen, das hinterlässt rote Striemen auf der Haut. So scharf kann sich der Herz in die kleinen Stacheln. Die Pflanze ist eine schöne Rangpflanze, um andere Sachen zu beranken. Ihr könnt die Spitzen, so wie sie sind, ernten und kochen und sie schwecken ungefähr wie Spargel. Ist ähnlich wie Spargel zu verarbeiten. Ihr könnt warten, bis sich die normalen Hopfen bilden. Ihr solltet sie ernten, bevor sie anfangen richtig zu blühen bzw. Samen zu bilden. Wenn sie auszahmen, ihr werdet diesen Unkraut überall im Garten haben und ihr werdet nie wieder ein Freund von Hopfen sein. Deswegen geht es sehr vorsichtig mit der Pflanze um und entfernt jede Blüte, die ihr nicht braucht trotzdem. Damit wünsche ich euch viel Spaß mit Hopfen und auch dabei ist, aus anderen Beeten heraus zu jäden.